Willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie man für den T-Test bei unabhängigen Stichproben in R die Effektstärke berechnet. Bei dem T-Test erfährt man lediglich, ob zwischen diesen beiden unabhängigen Stichproben ein signifikanter Unterschied besteht. Die Frage ist nun aber, wie groß ist dieser Unterschied, beziehungsweise wie groß ist dieser Effekt, also die Effektstärke. Hierzu wird in der Literatur die Verwendung von Cohen's D empfohlen. Wie man das berechnet, zeige ich jetzt in diesem Video. Ich habe bereits Daten eingelesen, wenn ich weiß wie das geht, jetzt rechts oben einen Link dazu in den Infokarten und ich habe auch gleichzeitig nochmal das R-Skript aufgerufen, das ich für den T-Test bei unabhängigen Stichproben verwendet habe. Dazu jetzt auch rechts oben einen Link in den Infokarten für die ausführliche Erklärung, was ich hier gemacht habe. Nochmal ganz kurz, ich habe mir ein zusätzliches Paket namens Psyc installiert und damit habe ich die DescribeBy-Funktion verwendet, mit der ich mir für die beiden unabhängigen Stichproben nochmal die deskriptiven Statistiken habe ausgeben lassen. Und da sehen wir, wir haben hier beim Mean für die Gruppe 0 1,78 und beim Mean für die Gruppe 1 1,65. Die haben in etwa eine gleiche Standardabweichung, also eine gleiche Varianz, also eine homogene Varianz. Das ist ja eine Voraussetzung für den T-Test bei unabhängigen Stichproben, genauso wie eine Normalverteilung. Dazu jetzt auch rechts oben einen Link in den Infokarten, wie man das prüft. Und deswegen darf ich den T-Test für gleiche Varianzen auch entsprechend rechnen. Ansonsten müsste ich den Welch-Test rechnen, auch dafür rechts oben einen Link in den Infokarten. Und für diesen T-Test bei gleichen Varianzen und unabhängigen Stichproben möchte ich jetzt die Effektstärke berechnen. Die entscheidende Zeile für den T-Test war natürlich diese. Das heißt, wir haben hier einfach zweiseitig gerechnet, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt hinsichtlich der Größe. Also Größe war meine Testvariable und Geschlecht war meine Gruppenvariable. Also ich wollte wissen, ob über die Geschlechter hinweg die Größe signifikant unterschiedlich ist. Das konnte ich hier zumindest sehen. Der p-Wert ist 0,302581, also sehr, sehr klein. Und anhand der Mittelwerte, die wir uns hier oben haben ausgeben lassen, nämlich 1,78 bei der Gruppe 0, das sind die Männer, und 1,65 bei der Gruppe 1, das sind die Frauen, konnte man sagen, aufgrund dieser Signifikanz, es gibt einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern. In dem Falle sind die Männer größer. Die Frage ist jetzt, wie groß ist der Effekt, wie groß ist dieser Unterschied? Das macht man mit CoensD. CoensD gibt es standardmäßig in R nicht. Es gibt es in verschiedenen Paketen. Eines, was ich immer ganz gerne verwendet habe, ist das sogenannte LSR-Paket. Das LSR-Paket habe ich bereits installiert. Wer das nicht installiert hat, der geht hier oben über diese Install Packages-Funktion und statt Psyc wird natürlich hier LSR eingesetzt, das ausgeführt und dann nochmal geladen. Also einfach die Library-Funktion, dann sehen wir hier auch in der Package-Sektion bei R-Studio, dass LSR geladen ist und mit LSR, das heißt Learning Statistics with R, ist CoensD implementiert. Der Befehl ist denkbar einfach. Ich tippe einfach Coens und dann großes D. Und jetzt muss ich lediglich nochmal das, was ich hier oben im Test ohnehin gerechnet habe, also quasi ich prüfe die Größe hinsichtlich des Geschlechtes auf Unterschied, hier einsetzen. Und wenn ich das ausführe, mehr muss ich an dieser Stelle schon gar nicht machen, dann bekomme ich hier einen Wert für CoensD von 1,103681. Das ist ein Wert, den man jetzt noch einordnen muss. Coen hat in seinem 1992 veröffentlichten Papier A Power Primer oder aber auch in seinem Buch von 1988, wo es um Statistical Power Analysis ging, verschiedene Richtwerte hervorgebracht. Und diese Richtwerte sehen wir hier. Wir sind beim Independent Means Test, also D ist hier das, was wir jetzt gerade uns haben ausrechnen lassen. Das lässt sich jetzt etwas schwer markieren, aber ich glaube in der allerersten Zeile, das können wir alle nachvollziehen, ein kleinerer Effekt ab 0,2, ein mittlerer Effekt ab 0,5 und ein großer Effekt ab 0,8. Wir liegen mit unseren 1,103681 auf jeden Fall über der 0,8. Also es ist ein großer Effekt laut Coen. Achtung aber an dieser Stelle, jegliche Forschungsdisziplinen haben unterschiedliche Ansätze, wie groß ein Effekt jetzt tatsächlich ist. Also da müsst ihr unbedingt nochmal schauen, ob in eurer Forschungsdisziplin auch 0,8, 0,5 und 0,2 die Grenzen sind für große, mittlere und kleine Effekte. Zu guter Letzt noch ein kurzer Hinweis. Ich habe hier CoensD auch nochmal manuell mit Excel ausgerechnet, um quasi zu zeigen, dass dieses Paket, was wir jetzt haben, auch das Richtige berechnet. Und zwar sehen wir hier auch nochmal, ich habe die Größe berechnet mit der Varianz entsprechend und der Anzahl. Das sind eigentlich die Werte, die ich hier drüben dann einsetzen muss. Ausführlich dazu habe ich auch nochmal ein Video gemacht, wie man in Excel CoensD berechnet. Deswegen hier einfach nur nochmal ganz kurz der Augentest. Das heißt, derselbe Wert kommt raus, wenn ich mit der Formel, wie man CoensD berechnet, eben CoensD auch nochmal manuell nachrechne.